Einen wunderschönen guten Abend, Donnerstag um 19 Uhr. Recht herzlich willkommen zu unserem Ayondo-Webinar Social Trading für Einsteiger. Mein Name ist Tom, ich darf euch recht herzlich zu unserem heutigen Webinar begrüßen. Ja, Inhalt des Webinars soll sein, euch überhaupt das Social Trading an sich vorzustellen. Welche Möglichkeiten ihr auf der einen Seite hier bei Ayondo habt als Trader, welche Möglichkeiten ihr im zweiten Step als Follower habt. Das heißt, wie können wir die Handelssignale unserer Top-Trader nutzen? Und das möchte ich euch anhand des Beispiels zeigen, dass wir uns ein eigenes Portfolio an Top-Tradern zusammenstellen. Wie einfach das ist, werde ich euch im Laufe des Webinars zeigen. Das Ganze führen wir anhand unserer Webseite, die ihr jetzt schon sehen dürftet, durch. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die einfach in die Chat-Funktion stellen und dann werden wir dementsprechend auf eure Punkte hier mit eingehen. So, im Hintergrund seht ihr jetzt praktisch schon unsere Startseite, unsere Social Trading-Plattform-Seite. Und wir wollen natürlich gleich als erstes mit dem Social Trading, mit den Möglichkeiten als Trader anfangen. Welche Möglichkeiten habt ihr da? Und das finden wir hier bei uns auf der Website unter dem Bereich Social Trading. Den rufe ich uns jetzt hier einfach mal mit auf. Und dann sind wir auch schon in dem Bereich, so funktioniert es. Und da gehen wir gleich mal auf den Bereich Training-Karriere starten. Den rufe ich uns jetzt mal auf, weil wie gesagt, im ersten Part werden wir die Möglichkeiten durchsprechen, die ihr hier als Top-Trader bei uns bei Ayondo habt. Und warum ihr das Ganze machen solltet, möchte ich euch hier jetzt kurz vorstellen. Ihr seht hier ganz oben auf dem Monitor haben wir ein kleines Video für euch hinterlegt. Da sind nochmal die einzelnen Stufen eurer Trading-Karriere ganz kurz anhand eines Videos erklärt. Und wie es der Name schon sagt, Trading-Karriere, habt ihr hier natürlich die Möglichkeit, eine komplette Karriere als Trader hinzulegen. An diese einzelnen Karriere-Stufen sind natürlich einzelne Prüfbedingungen geknüpft. Und die wollen wir uns jetzt mal im Einzelnen anschauen. Und wie gesagt, das Ganze beginnt hier mit dem Niveau des Street-Traders. Damit fängt praktisch eure Trading-Karriere an. Und die habe ich uns jetzt hier mal aufgerufen. Und ihr seht, hier unten sind die einzelnen Prüfbedingungen mit aufgeführt. Wenn diese von euch erfüllt sind, dann geht es in der Trading-Karriereleiter eine Stufe weiter nach oben. Die erste Prüfbedingung ist immer ein gewisser Zeitfaktor und eine Anzahl von Trades, die von euch hier absolviert werden müssen. Für das erste Karriere-Level sprechen wir hier von einem Zeitfenster von 30 Tagen. In diesen 30 Tagen müssen wir 15 Trades hier platzieren als Minimum. Und wie gesagt, auch frühestens nach Ablauf dieser Zeit, auch wenn ihr mehr Trades in dieser Zeit natürlich hier platzieren könnt, gelangt ihr hier in unser nächstes, in unser sogenanntes Advanced-Level. Ja, die erste wichtige große Kennzahl, die sich wie ein roter Faden durch alle Karrierestufen hier durchzieht, ist unser sogenanntes Drawdown, unser maximales Drawdown. Und das darf nicht mehr als 25 Prozent vertragen. Jetzt wird sich der eine oder andere natürlich die Frage stellen, was bedeutet maximales Drawdown? Das ist nichts anderes als eine Verlustphase in einem Portfolio. Und Verluste mögen wir natürlich alle nicht, deshalb sollen diese natürlich so gering wie möglich ausfallen. Wir wissen aber auch, keine Handelsstrategie verläuft zu 100 Prozent erfolgreich. Deshalb gehören natürlich Verluste an der Börse auch mit dazu. Wie gesagt, die sollten natürlich so gering wie möglich ausfallen. Und deshalb haben wir hier für das erste Karriere-Level ein Maximalverlust von 25 Prozent angesetzt. Allerdings gilt es hier zu bedenken, diese Zahl sinkt natürlich von Karriere-Level zu Karriere-Level. Deshalb natürlich von Anfang an darauf achten, diesen Drawdown, diese Verlustphase in eurem Portfolio so gering wie möglich zu halten. Ja, Performance ist natürlich die dritte große Kennzahl, die wir haben. Um Rendite geht es uns natürlich allen, auch hier bei Aiondo. Und wir haben einfach mal gesagt, nach diesen ersten 30 Tagen solltet ihr mindestens ein Prozent an Rendite erwirtschaftet haben. Und dann habt ihr diese Prüfbedingungen für das erste Karriere-Level hier auch schon erfüllt. Ja, der eine oder andere mag sich jetzt natürlich die Frage stellen, warum sollte ich das überhaupt machen? Warum sollte ich hier bei Aiondo handeln? Ganz einfach, weil eure Arbeit, eure Mühe natürlich hier auch belohnt wird. Und das ist die Idee, die hinter dem Social Trading steckt. Ihr habt hier als Trainer die Möglichkeit, euch einen sogenannten Track Record aufzubauen. Anhand dieses Track Records könnt ihr euch sogenannte Follower generieren. Das heißt, das sind Personen, die eure Handelsstrategien, eure erfolgreichen Handelsstrategien dann kopieren auf ihren Konten. Und wenn dies der Fall ist, dann verdienen wir zusätzlich zu eurem eigenen Trading hier natürlich auch noch Geld. Ihr seht das hier in diesem Bereich bereits im ersten Karriere-Level fängt das an. Wenn ihr also da schon einen Follower habt, der eure Handelsstrategien hier verfolgt und dementsprechend nutzt, eure Handelssignale verdient ihr im ersten Karriere-Level ein US-Dollar pro generierten Lot. Lot ist hier eine Volumenangabe. Je nachdem, wie groß das Konto des Anlegers ist, das wird ja mal prozentual angepasst an die Kontogrößen, verdient ihr dementsprechend hier Geld. Ja, das waren die Prüfbedingungen unseres ersten Karriere-Levels. Aufgrund der Zeit machen wir einen ganz kleinen Sprung, schauen uns einfach mal das dritte Karriere-Level an, unser sogenanntes Professional-Karriere-Level. Und da sind natürlich auch wieder verschiedene Prüfbedingungen dementsprechend angekoppelt. Ihr seht, wir sprechen hier schon über ein Zeitfenster. Das war der erste Faktor gewesen von 90 Tagen, also drei Monaten. Aber keine Angst, die Zeit zählt natürlich vom Beginn eurer Karriere mit. Das heißt, die 30 Tage fürs erste und die 60 Tage fürs zweite Level, die werden hier natürlich mit einberechnet. Ja, in diesen 90 Tagen, bis wir mindestens 25 Trades hier bei uns am Markt platziert haben, dürft natürlich auch zwischendurch immer mal eine kleine Handelspause machen. Diese Handelspause sollte aber 30 Handelstage hier nicht überschreiben. So, maximales Throwdown. Ich hatte es angesprochen. Das sinkt natürlich von Karriere-Level zu Karriere-Level. Ist natürlich klar, wir wollen natürlich durch diese unterschiedlichen Karriere-Stufen auch das Potenzial an Top-Tradern fordern und fördern. Und deshalb sind die Anforderungen hier natürlich auch höher. Maximal 20 Prozent als Drawdown schlagen hier zu Buche. Und hier gebe ich noch mal zu bedenken, solltet ihr in den ersten beiden Karriere-Stufen diese 20 Prozent überschritten haben, habt ihr leider nicht mehr die Möglichkeit, in eurer Karriere leider weiter nach oben zu klettern. Deshalb, wie schon angeseutet, von Anfang an darauf achten, mit einem geschickten Risk- und Money-Management euer Drawdown, eure Verlustphasen hier so gering wie möglich zu halten. Ja, Performance hatten wir eben auch angesprochen. Wir haben einfach mal gesagt, nach diesen ersten 90 Tagen sollte eure Performance bei mindestens 4 Prozent liegen, die von euch erwirtschaftet werden sollen. Ja, und dann habt ihr eigentlich auch schon alle Prüfbedingungen für das dritte Karriere-Level erfüllt. Und nach Ablauf dieser 90 Tage, wenn die anderen Prüfbedingungen auch erfüllt sind, geht es auch schon in unser viertes Karriere-Level. Und ihr seht, ich habe es ja gesagt, eure Mühe wird honoriert. Drittes Karriere-Level bedeutet, dass ihr 3 US-Dollar pro generierten Lot an euren Followern verdienen könnt. Und ihr werdet sehen, wenn ich euch nachher einzelne Trader-Profile mit vorstelle, dass es durchaus schon sehr, sehr interessant ist. Und viele Leute im dritten Karriere-Level natürlich auch schlicht schon sehr, sehr viele Follower mittels ihres guten Track-Records hier generiert haben. Und dementsprechend macht es dann auch schon Spaß hier mit dem Geldverdienen. So, jetzt machen wir wieder einen kleinen Sprung. Das Risk-Adjusted könnt ihr euch natürlich gerne im Nachhinein noch mit anschauen. Wir schauen uns jetzt unser fünftes Karriere-Level an, unser sogenanntes Institutional-Level oder unseren sogenannten Trader-Olymp, wie wir ihn nennen. Und wie gesagt, warum Trader-Olymp, fünftes Karriere-Level bedeutet, dass ihr mindestens ein Jahr dabei seid. In diesem einem Jahr mindestens 150 Trades hier bei uns bei IONO Markets dementsprechend platziert. Und das ist auch das, was wir unter einem aktiv gemanagten Portfolio verstehen. Wirklich von den kurzfristigen Veränderungen an den Märkten mittels seiner Handelsstrategie zu partizipieren. Und darauf basieren natürlich eine deutliche Outperformance hier am Markt zu generieren. Die Kennzahlen werden natürlich kontinuierlich überwacht. Und die wichtigste Kennzahl, die wir jetzt ja schon mehrfach angesprochen haben, ist wie gesagt das Drawdown. Und wie gesagt, der maximale Drawdown darf hier nicht mehr als 15 Prozent erfordern. Wie gesagt, deshalb ja auch der Trader-Olymp und wie gesagt, da solltet ihr wie gesagt von Anfang an darauf achten, um euch einfach die Möglichkeit offen zu halten, natürlich bis in unser fünftes Karriere-Level zu gelangen, diese Kennzahl von Anfang an so gering wie möglich zu halten. Nach Möglichkeit natürlich unter 15 Prozent, um euch einfach die Möglichkeit offen zu halten, hier in unser fünftes Karriere-Level, in unseren Trader-Olymp zu gelangen. Ja, bei der Performance haben wir uns einfach mal bei institutionellen Anlegern orientiert, sprich bei Fondsgesellschaften, Banken oder Vermögensverwaltungen, die ja in guten Börsenjahren immer eine Performance von 8 Prozent aversieren. Diese 8 Prozent haben wir einfach mal als Benchmark, als Vergleichsmarke mit angesetzt, haben einfach gesagt, das ist die Performance, die unsere Top-Trader hier in diesem fünften Karriere-Level auch erwirtschaften sollen. Aber ihr werdet sehen, unsere Top-Trader wirtschaften natürlich deutlich mehr als diese gesetzte Benchmark von 8 Prozent, weil darum geht es uns ja auch, euch zum Beispiel als Followern wirklich Top-Trader vorzustellen, die in der Lage sind, die Märkte deutlich outzuperformen, weil wir verstehen, dass Social Trading als eine neue Anlageform, eine Alternative zu herkömmlichen Anlageformen, die, wie gesagt, ja mit ihrer Rendite dann doch immer deutlich begrenzt sind. Und wie gesagt, da bieten wir euch hier mit dem Social Trading, sowohl als Top-Trader als auch als Follower, ganz andere Möglichkeiten. So, eure Mühe, die wird natürlich belohnt. Fünftes Karriere-Level bedeutet natürlich auch, dass ihr am meisten verdient. Wer sich hier wirklich ein Jahr kontinuierlich durch alle Prüfbedingungen durcharbeitet, der soll natürlich auch am meisten verdienen. Fünftes Karriere-Level bedeutet 5 US-Dollar pro generierten Lot bei euren Followern. Und als kleiner Ausblick in die Zukunft, wir planen natürlich aus diesen Top-Tradern eigene Finanzprodukte aufzulegen und an den Markt zu bringen, wo wir natürlich als Follower dann auch die Möglichkeit haben, zu partizipieren. Und wir nutzen dann die Handelssignale unserer Top-Trader. Die fungieren dann praktisch hier als Portfolio-Manager. Ja, und erhalten dann natürlich zusätzlich zu ihren Followern hier bei uns auf Ayondo natürlich auch noch eine Performance. Die ist natürlich auch nochmal ein sehr, sehr netter Ansporn für euch, dementsprechend hier wirklich kontinuierlich am Ball zu bleiben, die Prüfbedingungen im Auge zu halten und dementsprechend dann hier auch bis in unseren Trader-Olymp zu gelangen. So, das waren die Trading-Karriere-Stufen. Könnt ihr euch gerne, wie gesagt, nochmal anschauen. Wir sehen hier oben auch, wie gesagt, ein kleines Video. Das könnt ihr euch im Nachhinein gerne ja noch anschauen. Jetzt wollen wir uns mal unsere Top-Trader anschauen, von denen ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe. Wo finden wir diese Top-Trader? Deshalb scrolle ich mal hier wieder ganz nach oben auf unserer Website in unseren Navigationsbereich. Und da haben wir es ganz einfach gemacht. Wir haben das Ganze einfach Top-Trader finden genannt. Und der erste Button ist dann auch gleich Top-Trader finden. Da unten, da seht ihr Portfolios anderer Follower. Eine Funktion, die wir euch in den nächsten Wochen zur Verfügung stellen werden. Das heißt, hier befinden sich Portfolios, erfolgreiche Portfolios, die andere Follower schon über Top-Trader zusammengestellt haben. Eine Funktion, die ich heute schon mal mit ankündigen darf, die demnächst hier auch an den Start gehen werdet. Wir schauen uns jetzt aber hier den Bereich Top-Trader finden an. Und wenn ich das Ganze aufrufe, öffnet sich hier dann auch unser sogenannter Ranglisten-Konfigurator. Kompliziertes Wort ist es aber nicht. Es ist nichts anderes als eine Rangliste unserer Top-Trader, wo ihr natürlich verschiedene Selektionsmöglichkeiten habt. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, nach unterschiedlichen Märkten zu suchen, einen unterschiedlichen Zeitraum einzustellen. Wir haben jetzt ein gutes halbes Jahr hinter uns im 2014. Deshalb wähle ich jetzt einfach mal Zeitraum sechs Monate auf. Und hier hinten, da seht ihr die Karrierestatus, die Karrierestufen, über die ich gerade gesprochen habe. Hier jetzt die Fähnchen nur drei, vier und fünf ausgewählt. Das sind also unsere Top-Trader, die sich mindestens im dritten, vierten oder fünften Karrierelevel befinden. Das empfehle ich auch immer unseren Followern einfach, Trader zu nehmen, die hier über einen längeren Zeitraum schon unter Beweis gestellt haben, dass sie erfolgreich in der Lage sind zu handeln. Und dementsprechend, man kann ja immer mal schauen, was sich im ersten, zweiten Karrierelevel befindet. Aber für mein eigenes Portfolio würde ich mir natürlich nur Trader aus dem dritten, vierten oder fünften Level hier mitnehmen. Ja, hier haben wir nochmal bei Kapital zwei Möglichkeiten. Ein V steht für unseren Virtual Trader. Das heißt, das sind unsere Top-Trader, die wir bei Ayondo auf einem virtuellen, auf einem Demokonto in Höhe von 100.000 Euro unterwegs sind. Das R steht für unseren Real-Money-Trader. Auf euren Wunsch haben wir natürlich auch wieder die Möglichkeit angeboten, den Leuten hier mit ihren Live-Konten zu handeln. Ihr habt hier oben aber auch nochmal diesen kleinen Button Real-Money-Trader direkt anzeigen. Die sind auch nochmal besonders durch dieses kleine, orangefarbene R hier gekennzeichnet. Das heißt, das sind Trader, die hier mit ihren Live-Konten bei uns bei Ayondo unterwegs sind. Ja, wenn ihr alle Einstellungen getroffen habt, geht es einfach hier auf Zeigen und schon ändert sich dann die Rangliste nach euren Suchbegriffen, die ihr hier eingegeben habt. Aber hier ist natürlich auch noch nicht Schluss. Ihr könnt im Vorfeld natürlich deutlich mehr selektieren. Wir haben hier zum Beispiel noch diesen Button Detail-Suche. Den rufe ich uns jetzt einfach mal auf. Und da habt ihr natürlich noch viel mehr Möglichkeiten im Vorfeld schon, die Trader einzugrenzen, die für euch eigentlich in Frage kommen. Ihr seht, wir haben hier eine Liste. Da können wir Häkchen setzen, zum Beispiel bei Performance. Dann haben wir hier einen kleinen Drehschieber. Und ich sage, mich interessieren jetzt natürlich nur Trader, die jetzt sagen wir mal in den letzten sechs Monaten mehr als 15 Prozent an Rendite erwirtschaftet haben. Die will ich mir jetzt hier mal anzeigen lassen. Drawdown, ich habe es angesprochen, könnt ihr euch natürlich auch anzeigen lassen. Und Volatilität, auch noch eine sehr, sehr wichtige Portfolio-Kennzahl, ist nichts anderes als die Schwankung in einem Portfolio. Desto geringer diese Kennzahl ist, desto besser ist es natürlich auch für ein Portfolio. Sharp Ratio, ML Ratio, natürlich auch noch ganz bekannte Portfolio-Kennzahlen. Und ihr seht es hier hinten auch noch, Anzahl der Follower, Anzahl der Trades, die Anzahl der Gewinnträts. Könnt ihr euch alles dementsprechend hier einstellen. Wenn ihr dann eure Einstellungen alle vorgenommen habt, geht ihr einfach hier wieder auf Zeigen und schon ändert sich hier unten eure Rangliste. Und dann werden euch praktisch nur noch die Top-Trader angezeigt, die dementsprechend hier eure Prüfbedingungen erfüllen und dementsprechend hier für euch in Frage kommen. Aber hier ist ja noch nicht Schluss. Ich habe ja vorhin schon bei den Top-Tradern angesprochen. Ihr habt die Möglichkeit, euch einen sogenannten Track-Record aufzubauen. und den wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ich habe nämlich die Möglichkeit, einfach hier mir einen Trader auszuwählen. Ich mache das einfach mal reich mit Ayondo. Wir sehen, hier befindet sich auch im dritten Karriere-Level. Wann hat er den letzten Trade gemacht? Vor vier Stunden. Also gerade aktuell unterwegs. Hier diese Kennzahl, maximales Drawdown, was ich angesprochen habe. Wichtige Kennzahl, auf die wir natürlich immer schauen sollten. Ja, und wenn mich dieser Trader etwas genauer interessiert, klicke ich einfach seinen Namen mit an. Und ihr seht, dann kommt ihr auf den sogenannten Track-Record dieses Traders. Hier habt ihr nochmal ganz detailliert weitere Informationen zu diesem Trader. Und ihr seht, er ist seit März diesen Jahres mit dabei. Also eigentlich in den letzten knapp dreieinhalb, vier Monaten hier eine Performance von fast 51% erwirtschaftet. Und das ist ja das, was ich vorhin angesprochen habe, wo uns hier und bei Ayondo geht, euch wirklich Top-Trailer vorzustellen, die in der Lage sind, basierend auf ihren Handelsstrategien, den Markt deutlich outzuperformen. Und wir sehen hier 51% Rendite bei einem Drawdown, bei einer Verlustphase. Das sehen wir hier unten im Chart. Da ging es auch mal ein bisschen nach unten. Ich sagte, gehört ihr dazu. Diese Phasen sollten natürlich so gering wie möglich sein. Wir sehen hier 11% Drawdown. Sehr, sehr schönes Ergebnis. Vor allen Dingen diese Kennzahl für mich sehr interessant. 486 Trades in den letzten knapp vier Monaten hier durchgeführt. Das ist natürlich ein wirklich aktiv gemanagtes Portfolio, der hier wirklich sehr, sehr aktiv an den Märkten unterwegs ist. Und die nächste Kennzahl für mich natürlich auch ein sensationelles Ergebnis. Fast 96% Gewinntritts, das heißt 96% aller Trades, die eröffnet worden sind, wurden dann hier auch im Gewinn geschlossen. Das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Hier unter sehen wir nochmal den Chart. Die blaue Linie, das ist unser Top-Trader. Hier unten diese leicht grün gefärbte Linie. Das ist die Performance des DAX 30 hier als Benchmark, als Vergleichsmarkt. Und wir sehen seit Anfang des Jahres 3,5% im Plus. Das steht natürlich gegenüber der 51%, die unser Top-Trader hier erwirtschaftet hat. Also wirklich eine deutliche Out-Performance. Und hier unten, wenn wir das Ganze runterscrollen, sehen wir natürlich noch mehr Ergebnisse. Hier die einzelnen Monate mit aufgeführt. Auch mal ein negativer Monat, aber wirklich sehr, sehr moderat. Im Juli mit minus 0,33% sofort wieder wettgemacht. Auch den September gleich positiv gestartet. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Hier unten sehen wir noch ein sehr schönes Tortendiagramm. Unsere sogenannte Asset Allocation. Da sehen wir, in welchen Märkten ist dieser Trader unterwegs? Wo handelt er? Und da sehen wir sehr aktiv in den Indizes DAX und US-Tech 100. Aber auch in Gold unterwegs. Und hier unten sehen wir noch mal weitere Vergleichsbenchmarks. Was hat der Trader im aktuellen Jahr gemacht? Im Vergleich zum Beispiel zum Eurostoxx 50 oder zum S&P 500. Die hatten natürlich auch schon gut performt im ersten halben Jahr. Fast 9% Rendite. Aber natürlich diese deutliche Out-Performance hier unseres Top-Traders. Ja, und wer es auf die Spitze treiben möchte, wir haben ja das Ganze, wie gesagt, so transparent wie möglich gestaltet. Der kann sich natürlich sogar die Transaktionshistorie anschauen. Das heißt, jeden dieser 486 am Markt platzierten Trades könnt ihr euch hier natürlich noch mal im Detail mit anschauen. Und da seht ihr hier auch vierter Neunter heute um 16.47 Uhr. Der letzte Trade im DAX 30 war ein Beitritt. Dafür steht dieser kleine Pfeil nach oben. Wo war der Stop-Loss? Wo war der Take-Profit-Kurs gewesen? Wir sehen, wo ist der Trader eingestiegen? Und natürlich hier Signal Take-Profit ausgelöst. RPT für mich hier noch eine sehr, sehr wichtige Kennzahl. Riss pro Trades. Das heißt, wie hoch war das Risiko, dass der Trader für seine einzelnen Trades eingegangen ist? Wir sehen im Durchschnitt kaum über ein halbes Prozent Risiko eingegangen. Hier der Gewinnposition ist geschlossen. Und der neue Kontostand, wir sehen es anhand des Kontostands, ist noch gar nicht ganz aktualisiert. Hier ist schon fast bei 57 Prozent Rendite dieser Trader. Also noch deutlich mehr als im Track-Record hier eigentlich mit angezeigt wird. Ja, und wir sehen alle schön grün hier. Das sind diese 96 Prozent Trefferquote. So soll das auch aussehen. Und wir sehen, in dem kurzen Zeitraum hat sich dieser Trader hier auch schon 40 Follower aufgebaut. Ich hatte es ja vorhin angesprochen. Das fängt natürlich schon an zu lohnen. Wir denken dran, im dritten Level verdient er drei US-Dollar pro generierten Lot seiner Follower. Und da fängt es dann natürlich auch an, Spaß zu machen. Ja, und das sind halt diese Möglichkeiten, die ihr auch ausnutzen solltet. Wenn ihr euch ein eigenes Portfolio zusammenstellen wollt, solltet ihr euch im Vorfeld natürlich hier die Top-Trader genau mit anschauen. Und wie gesagt, die Information, die ihr erhaltet, habt ihr jetzt ja hier gesehen. So, und jetzt möchte ich euch zeigen, welche Möglichkeiten ihr dann als Follower habt. Das heißt, wie baue ich mir aus diesen Top-Tradern ein eigenes Portfolio. Und das ist auch ganz einfach. Wir sehen es hier oben in unserer Navigationsleiste haben wir den Button Mein Portfolio. Da ist auch gleich der Bereich Portfolio zusammenstellen. Den rufe ich uns hier mal auf. Gehen jetzt einfach in den Bereich Portfolio zusammenstellen. Das heißt, ihr habt jetzt als Follower die Möglichkeit, hier als eigener Portfolio-Manager zu agieren. Das heißt, ihr könnt euch jetzt die von euch ausgewählten Trader in ein eigenes Portfolio packen. Und das funktioniert ganz einfach per Drag & Drop. Ihr seht hier auf der linken Seite befinden sich alle unsere Trader. Da sind jetzt natürlich nur zehn aufgeführt, weil das sind die zehn, die ich im Rang-Listen-Konfigurator voreingestellt habe. Ihr könnt natürlich hier die Suche sofort nochmal ändern oder auch nach speziellen Trader, wenn ihr einen Namen absuchen. Das sind jetzt, wie gesagt, die Trader, die übrig geblieben sind aus meiner Sucheinstellung. Wenn ich das Ganze ändern möchte, kann ich das, wie gesagt, hier dementsprechend auch nochmal ändern. Und kann mir dementsprechend das neu anzeigen lassen. Dann werden, wie gesagt, alle Trader hier angezeigt, die dementsprechend eure Prüfbedingungen hier miterfüllen. So, jetzt möchte ich euch zeigen, wie einfach es ist, das Portfolio zusammenzustellen. Wir haben hier unsere Trader. Wir haben hier auf der rechten Seite einen freien Bereich. Und jetzt geht es einfach per Drag & Drop. Das heißt, wir klicken einfach einen Trader an, ziehen den uns hier in den rechten Bereich rüber, lassen die Maus los und schon erscheint dieser Trader hier in unserem Portfolio. Und da sehen wir hier unten auch sofort die grafische Darstellung dieses Traders. Und hier sehen wir es auch mal, ein schönes Drawdown. Also das gehört natürlich auch dazu, eine sensationelle Performance. Hat im Monat August hier aber auch mal erwischt. Da ging es auch mal nach unten bei diesem Trader. Aber hier in der aktuellen Phase jetzt auch schon wieder dabei. Geht das Ganze wieder nach oben. Auch mit fast 70% Rendite hier natürlich ein sehr, sehr schönes Ergebnis von diesem Trader. Um aber diese Verlustphasen, diese Drawdown-Phasen in eurem Portfolio zu minimieren, man spricht ja an der Börse immer von der sogenannten Diversifikation, sprich der Risikostreuung, bieten wir euch natürlich hier bei Aiondo die Möglichkeit, nicht nur die Handelssignale eines einzelnen Traders auszuwählen, sondern euch ein Portfolio an fünf Tradern zusammenzustellen. Das heißt, ihr minimiert natürlich deutlich euer Risiko, indem ihr euch einfach weitere Trader hier mit aussucht. Und das machen wir jetzt mal. Reich mit Aiondo haben wir uns angeschaut. Zweiten Trader wähle ich aus, packe ihn hier in mein Portfolio. Und dann seht ihr, werden hier unten die beiden Grafiken der Trader mit angezeigt und dementsprechend die blaue gestrichelte Linie. Ich gehe jetzt mal auf den 6-Monat-Zeitraum zurück, weil die Trader stellenweise erst seit 6 Monaten oder kürzer dabei sind. Sehen wir natürlich hier die Entwicklung im Portfolio. Und wir sehen, dieses Drawdown in eurem Portfolio, das fällt jetzt natürlich deutlich geringer aus als das Drawdown des einzelnen Traders, weil euer zweiter ausgewählter Trader in demselben Zeitfenster Gewinne gemacht hat und somit natürlich einen Teil der Verluste des ersten Traders kompensiert hat. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr hier ein Konto habt von 1.000 Euro, habt ihr am Anfang diese kompletten 1.000 Euro einem einzelnen Trader zur Verfügung gestellt. Da macht ihr natürlich die komplette Performance dieses Traders mit, aber natürlich auch die Verlustphasen 1 zu 1 mit. Jetzt ist es so, zwei Trader ausgewählt, das heißt, jedem Trader werden 500 Euro von euren 1.000 Euro zur Verfügung gestellt und somit minimiert ihr natürlich euer Risiko. Und das können wir natürlich weiter ausführen. Wir sehen es hier, Paternikus, ein Trader, fünftes Karrierelevel, ein Trader, der wirklich hier seit der ersten Stunde fast mit dabei ist. Nehme ich auch mal mit dazu und fülle unser Portfolio jetzt hier einfach mal mit weiteren Tradern mit aus. Exotrade hier auch ein Trader, viertes Karrierelevel. Ja, und dann sehen wir, wie sich das Ganze hier dementsprechend entwickelt im Portfolio. Und wir sehen euer Graph, die Drawdown-Phasen, die eben noch sehr steil abgefallen sind, die werden kompensiert, die werden geglättet hier mit in dem Graph. Ja, und mit diesem Portfolio hättet ihr jetzt in den letzten sechs Monaten, wo wir hier vorne auch sehen, hier war auch nochmal eine Verlustphase. Der war sogar mal im Minus gewesen, dieser Trader. Trotzdem, durch diese Risikostreuung, durch diese Diversifizierung, habt ihr jetzt ein ausgeglichenes Portfolio euch generiert. Und wir sehen, mit diesem Portfolio hättet ihr jetzt seit Anfang des Jahres eine Performance von 31 Prozent erwirtschaftet. Ja, und das ist halt ein Ergebnis, worum es uns hier halt geht. 31 Prozent. Wer sich ein bisschen an der Börse auskennt, der weiß, so manche Fondsgesellschaft, Bank, Vermögensverwaltung hat in den letzten Jahren keine 31 Prozent erwirtschaftet. Im gesamten Jahr hier unser Portfolio aus diesen ausgewählten Trailern liegt bereits nach einem halben Jahr, gut einem halben Jahr, bei über 31 Prozent Rendite. Und das ist halt die Idee, die hinter Aiondo, die hinter dem Social Trading steckt, euch als Trader die Möglichkeit zu bieten, eure Fähigkeiten hier unter Beweis zu stellen und natürlich den Followern die Möglichkeit zu bieten. Einfach, weil sie nicht die Möglichkeit, die Zeit oder die Kenntnisse haben, am Gesamtmarkt eigenständig zu agieren, trotzdem die Möglichkeit zu haben, an diesen Top-Tradern, an diesen Ergebnissen mit zu partizipieren. Ja, und jetzt ist es ganz einfach, wenn ihr euch euer Portfolio hier an Top-Tradern zusammengestellt habt, sehen wir es hier unten schon. Zwei Buttons, einmal auf Demokonto ausführen und auf der linken Seite einmal auf dem Live-Konto ausführen. Wir bieten euch hier die Möglichkeit, das Ganze natürlich auch kostenlos zu testen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, euch einfach hier mal zu registrieren, das Ganze euch anzuschauen, euch ein kostenloses Demokonto zusammenzustellen und das Ganze zu testen. Genauso auf dem Live-Konto und da heißt es auch, bereits ab 100 Euro habt ihr die Möglichkeit, hier ein eigenes Konto dementsprechend zu eröffnen und dementsprechend hier dementsprechend zu treten und mit zu partizipieren. Auch die Idee des Social Tradings ist praktisch, jedermann möglich zu machen und dementsprechend hier zu handeln. So, hier ist eine Frage mit drin vom Robert. Was bedeutet das blaue Fenster unbekannt? Nein, das heißt unbenannt bei der Trader-Auswahl. Das kann ich natürlich umbenennen. Das ist der Titel, den ich dem Portfolio geben kann. Da könnt ihr euch einfach euren Namen mit einsetzen oder aber ihr nennt dem Portfolio, gebt das Master-Portfolio Max Mustermann ein. Das ist einfach ein Name, dem ihr diesem Portfolio geben könnt. Und das ist natürlich auch super interessant für den Part, den ich vorhin angedeutet habe, Portfolios anderer. Das wird dann zum Beispiel in dieser Liste Portfolios anderer Follower mit angezeigt. Und dementsprechend habt ihr da natürlich auch eine Möglichkeit, Geld mit zu partizipieren, zu verdienen. Als Follower, wenn ihr nämlich ein tolles Portfolio zusammengestellt habt, andere Leute euer Portfolio kopieren, verdient ihr auch noch als Follower, weil ihr euch hier als Portfolio-Manager bewiesen habt, dementsprechend mit Geld. Und das ist natürlich auch noch eine ganz interessante Möglichkeit. Sobald wir das eingeführt haben, zeige ich euch das natürlich auch wieder in unserem Webinar. Und wie gesagt, durch das Klicken der Trades passiert Folgendes. Sobald jetzt einer von euren ausgewählten Tradern dementsprechend hier ein Portfolio, äh einen Trades in seinem Portfolio eröffnet, wird dieses Handelssignal 1 zu 1 natürlich auch in eurem Portfolio übertragen. Und natürlich auch, wenn dieser Trader sein Handelskonto, seine Position auf seinem Handelskonto schließt, wird diese dann dementsprechend auch geschlossen. So, vom Jan kommt hier die Frage rein, ist das Demokonto zeitlich begrenzt? Ja, momentan ist es auf 15 Tage zeitlich begrenzt. Dann könnt ihr euch das, wie gesagt, erstmal gemütlich anschauen, wie das Ganze funktioniert. Und wie gesagt, das hat momentan eine zeitliche Begrenzung von 15 Tagen. Aber euer Feedback ist ja auch immer gut. Gebt uns das mit rein. Vielleicht können wir die Dauer ja dementsprechend auch begrenzen. Um euch aber einfach mal zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie ich mir einen Trader aussuche, wie ich mir ein Portfolio zusammenstelle, reichen diese 15 Tage natürlich mehr als aus, um dementsprechend hier das einfach mal zu testen. Weil ihr habt natürlich noch mehr Möglichkeiten, das Ganze hier zu testen. Ihr seht, bei euren Tradern haben wir hier so ein kleines rotes X dabei. Jetzt kann es natürlich zum Beispiel mal sein, dass ihr sagt, Mensch, ich habe einen viel besseren Trader gefunden. Oder der Trader macht gerade eine Handelspause. Oder ich bin mit den Ergebnissen gar nicht so zufrieden. Klicke ich einfach auf dieses X rauf, dann geht ein Pop-up-Fenster auf. Möchtest du den Trader wirklich aus deinem Portfolio entfernen? Okay, möchte ich entfernen. Und schon ist ein Platz frei geworden, ein Platz für einen neuen Trader. Den wähle ich mir einfach aus, ziehe den in mein Portfolio. Und schon werden die Handelssignale dieses Traders auch in mein persönliches Handelskonto, ob Demo oder Live-Konto, nachher mit übertragen. Ja, und hier mit dieser Portfolio-Auswahl legen wir sogar schon mal über 35%. Aber hier ist natürlich immer noch nicht Schluss. Ich sagte es ja, ihr seid Portfolio-Manager. Ihr seht, wir haben hier bei den Avataren noch ein kleines Werkzeugsymbol. Wenn wir dieses Werkzeugsymbol anklicken, habt ihr natürlich weitere Einstellungsmethoden. So könnt ihr zum Beispiel auch das einzelne Volumen für die Trader verändern. Wenn euch ein Trader jetzt zum Beispiel besonders überzeugt hat, könnt ihr sagen, Mensch, diesem Trader möchte ich für seine Trades halt mehr Volumen zur Verfügung stellen. Wir sehen, habe ich jetzt mal einfach gemacht mit dem Drehschieber, einfach nach rechts geschoben. Jetzt habe ich das Volumen einfach mal erhöht, was ich diesen Trader zur Verfügung stelle. Und dementsprechend wird dann das Kapital halt hier für diesen einzelnen Trader erhöht. Wenn mich hier einer besonders überzeugt hat, wir haben es ja vorhin gesehen, bei dem Trader reicht mit Aiondo 96% Trefferquote. Sensationelles Ergebnis. Wenn ich dann sage, okay, dem stelle ich auch ein bisschen mehr Kapital für seine Trades zur Verfügung, das könnt ihr hier drüber machen. Aber hier ist immer noch nicht Schluss. Wir sehen, hier unten ist ein Button Einzelwerte einstellen. Denn ihr habt natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Hier seht ihr jetzt alle Märkte, in denen euer Trader unterwegs ist. Jetzt mag der eine oder andere natürlich sagen, ach, mit Devisen Euro, US-Dollar habe ich keine Erfahrung oder möchte ich nicht, dass die in meinem Portfolio gehandelt werden. Kein Problem. Stellt das Volumen hier einfach auf Null. Was passiert? Obwohl dieser Trader in seinem Portfolio jetzt einen Trade im Euro, US-Dollar eröffnet, wird diese Position natürlich in eurem Portfolio nicht eröffnet, weil ihr einfach gesagt habt, ich möchte nicht, dass Euro, US-Dollar in meinem Konto gehandelt wird. Dafür könnt ihr aber zum Beispiel sagen, Mensch, der Track-Record im DAX 30 oder im MDAX, der sah so super aus. Da hat er alle Trades in den Gewinn gefahren. Da möchte ich das Volumen erhöhen. Da könnt ihr das Ganze natürlich hier erhöhen. Deutsche Bank. Einzeltitel möchte ich nicht, dass die gehandelt werden. Bei mir im Portfolio habe ich keine guten Erfahrungen mitgemacht. Nehmt das einfach raus. Genau hier unten Devisen. Wenn ich die rausnehmen will, schiebe ich einfach den Drehschieber auf Null und nehme das Ganze hier raus. Also ihr habt hier sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Und das Ganze dann einfach mit Einstellung bestätigen. Und dann wird das im Endeffekt so auf eurem Live- oder Demokonto ausgeführt, wie ihr das Ganze jetzt hier praktisch ausgewählt habt. Und wie gesagt, ihr seid Portfolio-Manager. Und wie gesagt, die Funktion, die hatte ich ja schon angedeutet, Portfolio anderer Follower. Auch als Follower für euch die Möglichkeit, in Zukunft Geld zu verdienen. Wenn andere Follower euer Konto nachher, euer Portfolio, das ihr hier mit erfolgreichen Top-Tradern bestückt habt, ausgewählt wird, habt auch ihr als Follower die Möglichkeit, in Zukunft Geld zu verdienen. Das ist halt die Idee, die hinter diesem ganzen Social-Training steckt. Ja, das waren jetzt die Funktionen hier auf Ayondo. Die Möglichkeiten, die ihr als Trader habt, die Möglichkeiten, die ihr als Follower habt, wie ihr euch ein eigenes Portfolio hier zusammenstellen könnt. Ja, wer noch nicht dabei ist, alles, was ich euch gezeigt habe, könnt ihr euch natürlich so testen auf unserer Version hier bei Ayondo.com, wie ich das jetzt durchgeführt habe. Wer zum Beispiel sagt, Mensch, ich möchte jetzt meine Trading-Karriere starten, der loggt sich, der meldet sich hier oben einfach an. Wer das Ganze mal auf einem Demokonto als Follower testen möchte, der registriert sich hier einfach. Wir können hier einfach mal auf den Bereich einloggen gehen. Entweder habe ich schon meine Login-Daten, dann könnt ihr alles das machen, was ich euch eben gezeigt habe, oder ich bin noch nicht dabei. Dann geht es hier unten zur Registrierung und ihr seht, das geht ruckzuck. Name, Vorname, denkt euch einen Benutzernamen auf, E-Mail, E-Mail bestätigt. So, Wohnsitz mit rein, zwei Häkchen gemacht und weiter. Die Auswahl, wollt ihr treten oder wollt ihr ein Social-Trading-Konto? Das heißt, wollt ihr die Handelssignale der Handel- und Fehler kopieren? Auf weiter und dann kriegt ihr eine E-Mail auf eure E-Mail-Adresse zugeschickt. Ja, und dann seid ihr mit dabei. Wer sich davon überzeugt hat, dass das Ganze gut ist, der kann natürlich hier auch gleich mit einem Live-Konto starten. Da gibt es noch ein kleines Bonbon. Auf unserer Startseite sehen wir zum Beispiel, haben wir einen Einzahlungsbonus. Der müsste sich hier unter dem zweiten Bereich, unter dem zweiten Button befinden. Da sehen wir es, 25% Einzahlungsbonus. Das heißt, ihr kriegt gleich mal zum Start ein bisschen was on top von uns, um das Ganze hier dementsprechend zu testen. Ja, das soll es an dieser Stelle von mir gewesen sein. Ich hoffe, es war wieder interessant gewesen. Ich freue mich, den einen oder anderen neuen Top-Trader oder aber den einen oder anderen neuen Follower bei uns begrüßen zu dürfen. Viel Spaß beim Testen der Funktion, sowohl als Trader, aber auch als Follower. Wenn Fragen sein sollten, könnt ihr mir die jetzt einfach in den Chat stellen oder aber ihr schaut hier einfach unter den Wissensbereich rein in bevorstehende Webinare. Ich führe das eigentlich zwei bis drei Mal im Monat durch dieses Webinar, also einfach den nächsten Termin mit raussuchen. Unser nächstes Social-Trading-Webinar wäre zum Beispiel dann wieder, das ist unser Real-Money-Trader. Dann haben wir unser nächstes Social-Trading-Webinar am 25.09. Das heißt, da könnt ihr mir die Fragen natürlich auch stellen. Ich empfehle am Montag auch wieder dabei zu sein bei unserem Marktausblick Termine und Charts. Die wichtigsten Wirtschaftsdaten für die aktuelle Handelswoche plus natürlich ein charttechnischer Live-Ausblick. Immer super interessant. Wer die Märkte verfolgt hat, ja, beim Gold den Absturz hat sich in unseren Kursziel der richtige Linie bewegt. Auch Euro, US-Dollar haben wir ja gesagt, die 1,30 sehr, sehr wahrscheinlich haben wir heute nach der EZB-Sitzung. Wir haben es ja gehört, Herr Dragl hat den Leitzins auf 0,05 historischer Stand gesenkt. Das sind alles Termine, die wir im Marktausblick betrachten und wie sich das Ganze charttechnisch auf die Märkte ausbildet. Das besprechen wir natürlich dabei. Ja, und danach direkt gleich mein Kollege, der Rüdiger Born, macht auch Live-Training und Analyse der Märkte. Also ihr seht, ein schönes, kompaktes Paket hier. Einfach hier registrieren und mit dabei sein. Ich darf mich an der Stelle für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, es war interessant. Ich bleibe noch ein bisschen online. Wer noch eine Frage jetzt zum aktuellen Webinar haben sollte, kann mir die, wie gesagt, in die Chatfunktion stellen. Einen anderen wünsche ich vorab schon mal ein schönes, sonniges Wochenende. Das Wetter sieht ja wieder mal toll aus jetzt hier in Deutschland. Und hoffe, das bleibt natürlich auch so. Und freue mich, euch in einem der kommenden Webinare begrüßen zu dürfen. Oder hier bei uns bei Aiondo in dem Sinne. Vielen Dank von mir. Einen schönen Abend. Und wie gesagt, ich bleibe noch kurz on für eure Fragen. Dankeschön.